Hallo, herzlich willkommen bei ePlan Software & Service, live von der SPS 2016 hier in Nürnberg und heute vom Stand der Firma Rital. Als Mitglied der Friedhelm Loh-Gruppe sind wir gemeinsam mit Rital sehr daran interessiert, die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden zu optimieren. Unser Fokus liegt dabei im Engineering, auf der Planung von Fertigungsintegration und auf der Fertigung selber. Genau diesen Punkt adressiert die neueste Entwicklung aus dem Hause ePlan, unsere Softwarelösung ePlan Smart Wiring, speziell für die Prozesse in der manuellen Schaltstrangverdrahtung konzipiert. Sie müssen sich das so vorstellen, dass eine solche Montageplatte, wie wir sie hier hinter uns sehen, heute in einem sehr aufwendigen, komplexen Prozess verdrahtet wird. Hochqualifizierte und sehr erfahrene Fachleute interpretieren auf Basis eines Schaltplans jede einzelne Verbindung, erkennen die Zusammenhänge, korrigieren vielleicht Fehler, die in der Projektierung entstanden sind, um das Ganze dann in eine solche komplexe Verdrahtung umzusetzen. Um diesen Prozess jetzt signifikant zu verbessern, zu vereinfachen und das Ganze deutlich zu beschleunigen, wurde ePlan Smart Wiring konzipiert. Eine Softwarelösung, die dem Anwender Schritt für Schritt den Installationsvorgang vor Augen führt, ihm die Möglichkeit gibt, sein Tun zu überprüfen, abzuhaken und somit nachvollziehbar zu machen. ePlan Smart Wiring überzeugt durch Einfachheit. Das heißt, anstatt eines komplexen Schaltplans, der wie gesagt interpretiert werden müsste, zeigt die Applikation Schritt für Schritt und Punkt für Punkt, was zu tun ist. In einer klaren Listenform werden alle notwendigen Informationen für jede einzelne Verdrahtung präsentiert. Der Anwender hat die Möglichkeit zu sortieren, zu filtern, kann dann letztlich den Status der Installation hier abhaken, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, was im Projekt ist jetzt fertiggestellt, was ist aus welchen Gründen auch immer offen und was muss noch getan werden. Über den gesamten Arbeitsprozess schichtübergreifend und jederzeit transparent.